So hey, im heutigen Video gibt es ein kleines Doppel-Update, denn einerseits geht es heute um Kryptopia, andererseits auch um Binance. Ich kann euch gerne mal einen kleinen Timestamp in die Videobeschreibung packen, falls einen von euch nur ein bestimmtes Thema dieses Videos interessiert. Es ist jetzt folgendermaßen, die beiden Themen sind relativ kurz, deswegen dachte ich, ich mache dazu ein Video. Also, Kryptopia hat wieder angefangen, Trades aufzunehmen, das bedeutet, es gibt jetzt die Möglichkeit, hier auf Kryptopia ausgewählte Trading-Paare wieder zu handeln. Zum Beispiel irgendwas gegen Bitcoin, können wir mal ganz kurz reingucken, denn hier ist das Volumen etwa 5,6 Bitcoin in den letzten 24 Stunden. Oder auch Dogecoin oder auch Litecoin. Was das hier ist, bin ich mir noch nicht ganz sicher, NZDT, ist es vielleicht ein neuseeländischer Dollar-Token-Stablecoin vielleicht, irgendwas in die Richtung. Bin ich mir jetzt tatsächlich gar nicht sicher, es gibt Tether, es gibt hier dieses NZDT, bin ich mir jetzt tatsächlich nicht sicher, was das hier sein soll. Aber es hat ebenfalls kein Trading-Volumen, deswegen relativ irrelevant. Hier im Bitcoin-Market sieht man verschiedene Coins, die momentan getradet werden, Dogecoin, Monero, Litecoin, Luxcoin, kenne ich tatsächlich nicht, NEM, Equitrade, keine Ahnung, was da sein soll. Hier Redcoin. Es sind etwa 40 Trading-Paare, die mittlerweile wieder laufen, kann ich euch gerne mal unten in die Videobeschreibung packen, denn Kryptopia hat dazu eine kleine News veröffentlicht. Ich klicke jetzt einfach mal da drauf, vielleicht finden wir es spontan, das wäre tatsächlich relativ cool. Ich bin mir aber da nicht sicher, ob es hier verlinkt ist, in der Knowledgebase. Ach hier, Enable Trading-Paars, ja ganz, eigentlich eine richtig tolle Sache. ADC Bitcoin, ADC Litecoin, ADC Dogecoin, naja, ihr kennt diese Liste, ich packe es euch unten in die Videobeschreibung. Es gibt hier neue Trading-Paare, das ist relativ interessant zu wissen. Das war dann mehr oder weniger schon die erste News für dieses Video. Jetzt geht es weiter mit dem Sealer, denn Sealer war ja ein Token-Sale vor einigen Tagen auf Binance. Ich glaube, das Ganze war am Dienstag, also am 24. Ne, Moment mal, das war nicht am 24., das war am 19. oder so. Ja, hier unten steht es nochmal. 19.03. ist dieser Sealer-Token-Sale, hat dieser Token-Sale stattgefunden. 4 Millionen Dollar wurden hier dementsprechend als Hardcap erreicht. Ja, man, es ist ein bisschen, ich fühle mich da immer so ein bisschen wie so ein Leierkasten, weil ich im Endeffekt immer die gleichen News rausbringe. Deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt nicht ein extra Video, sondern kombiniere das Ganze mit eben dieser Cryptopia-News. Es ist tatsächlich so, dass diese 4 Millionen Dollar nach etwa 17 Minuten erreicht wurden. Also so ähnlich wie bei, hier ihr wisst schon, BitTorrent und so ähnlich wie bei Fetch. Es gab relativ viele Leute, die hier mitgemacht haben, etwa wieder 30.000, etwa 3.000 Leute haben hier wieder was bekommen. Viele Leute haben sich wieder auf Twitter aufgeregt und es wurden tatsächlich wieder innerhalb von unter 20 Minuten hier das Ganze verkauft. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es sind nur 6 Prozent. Ja, kann man, wie gesagt, machen oder auch nicht. Ich werde wahrscheinlich zu Binance mal ein ganzes extra Video machen, wo ich genau dieses Thema mit diesen ganzen Launchpad-Token-Sales mal ein bisschen genauer anspreche. Wollte ich jetzt in diesem Video nicht machen. Ich denke auch, dass Binance hier mit Absicht Hype generiert, um einerseits selber finanziellen Profit rauszuschlagen, andererseits natürlich um ihren eigenen Coin zu pushen. Aber, wie gesagt, das wäre ein Thema für ein eigenes Video. Das wollte ich einfach an dieser Stelle mal raushauen. Es haben sich wieder viele Leute auf Twitter aufgeregt und das Ganze wurde wieder in Rekordzeit ausverkauft. Was eine Überraschung. Habe ich euch ja schon in einem Video davor prophezeit, wo ich das Ganze hier so ein bisschen angesprochen habe mit dem Sealer. So, und gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wenn ihr noch keine Abonnenten seid und trotzdem auf dem Stand der Kryptowährung bleiben möchtet, auf dem neuesten Stand von Kryptowährungen, dann abonniert natürlich diesen Kanal, gebt diesem Video einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao und bis bald.